Musik Sicher, mit einer mutigen Aufstellung. Das Grenzhauers. Und den ersten Ball nutzt er gleich und daher auch, denke ich, etwas verdienter den ersten Satz. Der so gut aufschlägt und auch den Return spielt. Statt 8 zu 9, jetzt 7 zu 10, 3 Satz Welle. Und auch den dritten Satz Ball, die Mut jetzt bewiesen im Gegentopspan. Und jetzt. Und Anders Lind. Und den nutzt er für die Rückschläge, die er denen spielt. Er wirkt ein bisschen fokussierter. L3-1 für ihn. Der Österreicher schlägt auf. Ja, und das war jetzt so ein toller Ballwechsel. Toller Ballwechsel. Daniel Abesund schafft es jetzt, mehr und mehr Anders Lind zu bewegen, vom Tisch wegzukriegen. Und er diktiert das Spiel vom Tisch weg. Aber der Junge. Und auch hier. den Österreicher. Und auch hier sehr viel Risiko. Satz Nummer 4. Daniel habe so eine Elf nicht. Aber Abhackgang. Das Spiel zu gewinnen. Und den ersten Matchball nutzt er gleich. Elf zu sechs gewinnt. Das Spiel. Das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.